Auf der Suche nach den königlichen Hoheiten treffen wir den Prinzen Naro am Wasserturm. Der gelernte Mediengestalter kommt mit seiner italienischen Ape angefahren. Naro der Erste, so sein adeliger Name, ist allerdings auch bekannt unter dem Namen der singende Pizzabäcker. Seit zwei Jahren bin ich als singender Pizzabäcker unterwegs und es kommt sehr gut an. Und ich habe meine beiden Passionen zusammengelegt, die Musik und das Pizzabacken. Und ja, das ist draus geworden. Eine weitere Leidenschaft lässt sich bei dem Familienvater auf dem Schal erkennen. Meine Liebe zu Napoli, ich bin ja ein Monoma Italiener, also in Mannheim hier geboren, aber die Wurzeln liegen in Neapel. Und natürlich als Neapel-Fußball-Fan habe ich auch diesen Schal und auch dazu die Verbindung zu meiner Pizza Napolitana. Weiter geht es zu Prinzessin Mare Michel. Wir treffen die Bänkerin mit Entourage bei der Volksbank in Mannheim. Michel kümmert sich aber nicht nur um Vermögenswerte. Privat bin ich mit meinen Pferden unterwegs und viel in der Natur. Und es ist schon eine Umstellung jetzt, Prinzessin zu sein. Stichwort Prinzessin. Ist das nicht der Traum einer jenen Frau? Ja, ich habe früher bei uns in der Garde getanzt und da ist der Traum immer schon da. Da kriegt man die Stadtprinzessin von Mannheim ja live mit. Und es war immer so ein Aufsehen zu denen. Und ich hätte mir nicht zu träumen gewagt, dass ich auch mal Stadtprinzessin sein darf. Na, so schnell gehen Träume in Erfüllung. Wie versteht sich denn das Pärchen? Immerhin müssen sie über 300 Termine miteinander besuchen. Ich kenne ihn nur als singenden Pizzabäcker. Er ist ja schon viel in der Fasnacht unterwegs. Aber er ist super sympathisch und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam losziehen können. Und es ist schon eine Umgewöhnung, wenn man die ganze Zeit alleine unterwegs war und jetzt noch einen Prinzen dabei hat. Aber es ist eine andere Erfahrung und ich freue mich, auch die Erfahrung mitnehmen zu dürfen. Na dann, ab mit Vollgas in die höchste närrische Zeit. Na dann, ab mit Vollgas in die Höchste.